Crystal Van Meter. Ihr Lebenswandel offenbart, dass bei Ihnen das Jugendstrafrecht vollkommen versagt hat. Angesichts Ihrer Essstörung weise ich die Jugendbehörde an, Sie einer medizinischen Einrichtung zu übergeben, wo Ihnen Hilfe zuteil wird. Anschließend werden Sie mit Ihrem 19. Geburtstag in den Regelvollzug an das Frontierer-Frauengefängnis überstellt, wo Sie eine Haftstrafe von mindestens 25 Jahren verbüßen werden. Im Frontierer herrscht die höchste Sicherheitsstufe. Aber hier gibt's nur einen Zaun um die Klinik herum. Ich hab Werkzeug vergraben, damit können wir rauskommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017